hallo und herzlich willkommen zur nächsten aufnahmefolge let's play together minecraft direwolf 20 mit mir und da graudi äh schon wieder spielst du mit dir alleine ja ja das passt nicht was sind so in holz sind das ich denke dass der jungle oder sowas design her muss das jungle wird sein wahrscheinlich so klasse haben wir da drin ich brauche den claustro ist krass ich hab ja schon damit die scheiß können wir stehen und kriegen kein claustro kein klostein ich glaube gut man könnte jetzt auch normales glas zu nehmen so noch mal ein test ja das passt da kommen wir das passt sogar aber dass diese kacke aus wenn die wand gleich ist bisschen vielleicht glaube ich recht gleich aus ist das gleich aus nämlich den das ist ok und da glas endlich mal hier jetzt die fenster zu bekommen müsste maschinen und alles aber kein geschlossenes hause ist auch krass keine fenster rein so kein glas mehr also ich hätte mal nachlegen soll unten sand so und so und so nicht anders so die schmiede ist fertig also der boden und die dann noch ein dach und so das ding geschützt ich bin aus eisenblöcken sich immer hier mensch ich brauche glas gute idee gucken wie es aussieht wie findest du das oder sieht das blöd aus das sieht halt irgendwie komisch aus wenn es darum wie kisten drunter gestapelt sind also nicht da gibt es ja noch andere ich habe noch hier den das sieht ein das ist ganz gut oder das da warte das ist gerade weg gemacht warte das was da drunter steht da sieht genauso aus wie oben drüber das kann das hier halt ne ja das kannst du nehmen da wo keine fenster drin sind kannst die wand zu machen weil da kommt die schmiede dann hin ja warte mal das kann auch weg super ist ja auch gerade jetzt auch noch wasser drunter ich raste aus ja weil die schmiede soll ja diesmal ein bisschen größer werden aber das haus wenn man das so hoch baut sieht scheiße aus deswegen gehen wir diesmal in den boden rein also ich bin bei meiner bauweise richtig froh dass ich nicht die axt habe die 3x3 erbauen kann weil da würde ich nämlich nie hier fertig werden das passiert nichts auf jeden Fall ist der boden unter mir weg also das sind 5 ok und hier nochmal hier kann ich es zubauen ja die äh wand äh was was willst du zubauen die wand hier die da hier unten ja ja klar also die da oben auch welche ach hier unten das das kann weg oder also ne ja das da kommt halt die schmiede hin hier wo es das loch ist ja aber halt da hinten zum beispiel das kannst du zumachen hier die wand so ja soll ich die mit dem holz zumachen oder das ich mach das hier mit dem dörr kannst du auch mit erde voll machen mir egal ja ich mach mit erde voll das sieht ja voll kacke aus warum ja hier hinter so ein See was ne der hätte man ja weg machen können ja toll scheiß See alter da hinten drin das war wieder holz das ist äh Schoffel äh da das ist da und da ich glaube die höhe reicht dann für die schmiede auf jeden fall ja es soll ja schon ein bisschen größer sein diesmal ist so ein propel ding da kann ich ein glas reinschmeißen ja in die schmiede wie groß soll ihn sein aber nicht so du kannst du jetzt ja kannst du ruhig jetzt ein dach drauf bauen jetzt kommt mir kommt er da nicht wirklich rein jetzt kommen halt hier an die seite mache ich dann die tische hin und da die schmiede hier kommt noch eine tür hier hast du jetzt mit absicht hier ist jetzt zwei verschiedene hölzer drin sind hier vorne am eingang die spiel nämlich und mal abbauen endlich weg hier aber ich überlege gerade wie das dach wird das ist aber eigentlich da mache ich das doch so doch doch aber aus was wir das dach ich weiß auch was irgendwie habe ich auch gerade lex ist gerade komisch also ein paar öfen brauche ich noch die bleiben ja eh hier also zumindest dabei halt umgebaut wird hier trotzdem noch aber bis hier drin bleibt schon noch zeug stehen können komplett leer mach ich es hier nicht das ist ja 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 Kein Umweg, mit der Päckix ist es super. Was machen wir da denn am besten? Das war das ja blöd. Toll. Ah, wie hieß denn das Zeug? Oh, was mit beinahe. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Wo ist er denn da? So. Klicke zu. Ihr könnt eigentlich auf die andere Seite auch noch so Türmen. Das werde ich vielleicht auch machen. Mal gucken. Mal gucken, wie das hier noch wird. So. Wir hatten aber noch... Ja. Oh, 4. Machst du das Dach aus Treppen, oder was? Ist es blöd? Ich schrockte es. Ja. So. Ähm. Waaah. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Habe ich noch Mühe einstecken? Ja, doch. Wollen wir uns da ein paar Steine sparen. Ich glaube, die eine Seite konnte man sich auch sparen, die Ecksteine, ne? Ja. Sparen wir uns die auf jeden Fall auch. So. Äh. 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 Jetzt gibt er mir den Scheiß her. Ich habe die Blöcke da. Danke. Okay. Ich brauche auf jeden Fall noch Bricks. So. Äh. Jetzt haut er wieder. Alter. Ja. Soll ich einen Spitzdach machen, oder keinen Spitzdach? Kannst du ja, was weiß ich, zwei Reihen machen, oder gucken, wie es halt aussieht. Entweder zwei oder drei Reihen, und dann halt nochmal so ein Flachdach wie bei uns am Haus auch. Irgendwie so. Okay, da brauche ich noch. Ähm. Wo war denn das Dorf, wo die Schmiede noch steht? Oder ne? Ich mache mir auf neue Bricks. Ja, da. Ey, ist egal. Ich mache neue, es geht schneller als wieder hinzufliegen. Ähm. Sieh. Ähm. Da. Hm. Crowd. Ähm. So. Da. Was fehlt denn da? Äh. Du hast gerade den ganzen Klee verbraten, kann das sein? Nicht viel. Wir haben auch 900, äh, 500 waren da noch drinne. Da war das Ding, achso, man braucht einen Kleeblock. Okay, den haben wir nicht im System. Ich wollte gerade sagen, äh. Wäre ich jetzt ausgeflippt? Hätte ich sowas kurz nachgefangen. So. Ähm. Hätte ich nämlich doch da hinfliegen müssen. Was? Hätte ich nämlich doch da hinfliegen müssen. So, das reicht. Guck mal, das brennen geht. Okay, das ist noch ein paar was. Ah, wir haben ja meine Schuld, ne? Ja, natürlich, wenn du hier den Klee verballerst. Warum? Das mache ich nur für uns alle. Also. Alter. Verballert ich den ganzen Klee? Fache ich nicht. Ja, viel ist nicht mehr da von 800. Ja, 500 sind da drinne. Bitte? Da sind 145 noch drinne. Okay. Ah, uff. Der Ausgang, der ist super da. Uff. Naja, die Maschinen mal gucken halt, wie man die entstellt. Und hier. Äh. Ich meine nicht. Auf jeden Fall kriegt dann die Häuser da draußen einen eigenen Generator. So. Brauchen wir uns dann selber. Okay. Ähm. Ach, Gott, das war auch kacke. Acht Stück. Ach, mein Herz sitzt mal wieder leer. Ich krieg zu viel. So. Oh. So. 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 Die Trains kommen dann da hin. Das brauche ich jetzt noch nicht. Okay. Der Controller soll auch eins für. Ist glaube ich besser. Ja. Genau. So. 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 Ich muss auch mal was machen. So. jetzt. So. Jetzt. 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 brauchen wir den Controller. Kommt da hin. Kommt da hin. Der kommt da hin. Das kommt da hin. Das ist blöd ey. Ich blick die ganze Zeit nur hin und her. da. Ja. Ja. so viele Blöcke kriege ich auch nicht mehr hin. jetzt. so. 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 weggeschmissen hab is bestimmt auch nicht. ich trau ja alles zu. jo. klar. das belegte ich echt viel alle öfen ey. hallo. ja ich brauche auch mal einen ofen. Nein, dann tu wenigstens das Clay wieder reinschmeißen unten. Hab ich doch. Ich hab das Clay, ah ne, das ist so weg. In den Ofen. Achso. Du. Halt. So. Oh. 15. Okay, das sollte eh bald reichen. Bäh. Nicht ins Loch reinfallen. So. Soll ich dann oben jetzt dicht machen, so ungefähr, oder? Also reicht die Höhe. So. Ja, ja, das sowieso. Ich mach dann bis unter das Dach das Ding hoch, dann haben wir so einen großen Schmerz. Nein, nein, nein. Ich mein doch, ob ich noch eins höher gehen soll jetzt mit dem Dach? Eins höher, ne? Ja. Das sieht eh aus wie so ein Pilz von Super Mario, gerade. Mit dem Mund, weißt du? Die zwei Augen. Ja. Aber eins gehe ich noch höher. Das sieht scheiß aus. Ach, dem hätte ich muss nach unten. So. Das ist eigentlich... Oh, unser Ding ist voll. Was? Strom. Ja. Ja. Ja, alles voll. Ich mach mal kurz aus so lange. Was ist denn los? Äh, ne. Da. Ja, sobald wir hier das alles so ein bisschen haben, ey, dann verballern wir richtig Strom. Achso, du willst ja einen anderen Generator, ne? Ja. Ja, es wird die Stadt nehmen und dann was anderes. Ah, jetzt ist er aktiv. Die Smattery. Gut. Ach, scheiße. Nicht mehr ins Loch fallen, weil sonst ist da wieder Blut drin. Ich bin da nicht reingefallen. Ja, keine Ahnung. Ich denk mal, es war unten 4 oder so, aber... Mhm. Der ist bestimmt da drin gespawnt und dann direkt umgebracht worden oder so. Naja, du kriegst ja Schaden da drin. Setz mich doch mal auf den Boden, das ist vielleicht besser. Aber Clay haben wir jetzt gar nichts, ne? Doch, wir haben einen Block. Clay-Blöcke haben wir. Schwörst, die hatte ich ja gemacht. Aber wie kriegen wir die denn zurück machen wieder? Ein Kleinhorn halt wieder. Stimmt. Bäh. Alter, lass mich da doch rein. Ich mach mich am Arsch, ich will hier rein. Mensch, der verbraucht hier alle Öfen, ey. Ein Ofen. Alle Öfen, die wir haben. Äh, genau. Wir haben ja bloß noch 20 so ungefähr im System drin, ne? Ja. Alle Öfen verbraucht da. Shit. So ist er immer zu mir, Leute. Immer. Ja, richtig so. Warum geht denn unten eigentlich die Dings wieder? Was? Die Monsterfalle. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Licht. Jetzt hat er mich gesehen. Ah, du hast das Loch größer gemacht. Ja, das war aber zu klein. Das hat mich genervt. Jetzt fehlt ein Block. Ein Block fehlt. Und noch Seedwindow. Und noch Seedwindow. Seedwindow, Seedglass, können wir auch noch nehmen. 204 jetzt setzt sich das dach drauf denke ich ja 4000 ok das bringt keine ahnung für was das gut sein soll das ding ist schon das stimmt echt Achso, du hast da... Okay, gut. Das reicht, denke ich, an Schlitzung. Da passt jetzt so viel rein, also... Da kannst du den ganzen Sand fast reinkloppen, bevor das Ding mal voll ist. Ich hoffe nicht, aber eigentlich müsste das ja so oder so funktionieren. Ja, normal schon. Was ist du denn da? Schön. Aha. Ich brauche das Glas. Was für Glas? Das leuchtet. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr? Nee. Okay, dann mache ich da ein normales Glas rein. Wo denn überhaupt? Oh, meine Decke. Was ist da, die Decke? Ja. Aha. Was denn? Warum meine Decke, Glas? Ja, oder warte, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Alter. Das ist ja eine Schmiede, ne? Die hat ja ein bisschen mehr Wert. Jo, genau. Alter. Sollte aber noch ein Velorium drin. Jo, das ist klar. Alter. Machst du oben noch den Deckel jetzt zu? Nee, zu. Oh, der bleibt offen. Der bleibt offen? Das bleibt offen, ja. Okay. Boom. So. Fertig. Achso, und ich würde gerne hier... Nimm mal das Glas raus, wenn du es sicher rausnehmen kannst, zieh das Glas. Aber es ist einfach kaputt, das ist egal. Das geht nicht kaputt. Ah, okay. Ja, das sieht doch schon geil aus. Jetzt nehmen wir nur noch eine Tür hier. Das ist bestreng, ja. Ah, ne? Doch, ein Spriter gemusst, ne? Sollen wir einen Spriter machen? Dann ist der Weg auch eins. Dann kann ich auch eine Tür machen. Sieht vielleicht schöner aus. Ja, dann machst du halt einen Spriter. Aber warte mal. Ne, das ist blöd. Dann passt das nicht mit dem Fenster. Ja, dann lass halt so. Also wenn du einen Spriter machst, dann sind es Doppelfenster. Theoretisch. Stimmt. Ja. Und sonst machst du halt zwei Breite oder drei Breite, ist ja egal. Platz haben wir ja hier. Ich habe jetzt aber nicht, dass die... Ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist kein Klee mehr, ne? Ja, stimmt. Das auch. Der Scheiß kann auch da sein. Das reicht doch, ey. Da sind wir ja nicht so oft hier. Die benutzen wir ja echt nicht oft. So, klar. Was wirkt das weg? Da kann man die Truhe abklopfen. Toll. Da hinten noch ein Loch herklopfen. Genau, das wollte ich. Sind da alles in der Truhe drin? Alter, lass mich... Hallo, Hilfe, hallo. Ah, halt so. Die Chest. Das Dach ist doch genial, ey. Das sieht doch fett aus, ey. Von oben. So. Das ist das. Das sieht doch schön aus. Ach, die Treppe ist auch noch innen drin. Der Hole. Was ist denn das für ein Fusch am Bau? Warum? Ja. Ist nicht mal ausgeleuchtet hier drin. Ja, und? Ja, der ist bohr'n Monster und so. Nervt nur. Das Versteck? Ja, ich würd rauskommen, sonst bleibst du da drin. Komm, ich halt wieder die Treppe raus. So. So, und... Ich würd sagen, das Ding ist fertig. Und können auch die Folge wenden. Ja. Lädd ich auch denken. Warte. So. Dann bis morgen. So. Alle rein. Ciao.